Ich sage es Ihnen, Inspektor, er ist ein vernünftiger junger Mann. Thordrick hörte Inspektor Jimson seufzen. Seine Mutter war seit mehr als einer Stunde im Büro des Inspektors und versuchte mit ihm darüber zu verhandeln, Thordrick einen Job im Revier zu verschaffen. Das glaube ich gern, Maggie, aber man kann nicht leugnen, was er ist. Der Inspektor senkte seine Stimme, sodass sich Thordrick bemühen musste, etwas zu hören. Er ist ein Halbmagier, um der Zauberei willen. Wenn es jemals herauskommen würde, dass einer wie er hier arbeitet. Einer wie er? Inspektor, ich versichere Ihnen, dass dieser besondere Teil von ihm vollständig unter Kontrolle ist, erwiderte seine Mutter. Maggie, Maggie, denken Sie mal darüber nach, worum Sie mich hier bitten. Sie wissen, Sie sind die beste Pathologin, die ich mir wünschen könnte und ich möchte Sie wirklich nicht verärgern. Aber der Ruf des Reviers... Dann war es einen Augenblick lang still. Ich kann den Jungen einfach nicht hier arbeiten lassen. Thordrick hörte, wie einer der Stühle zurückgeschoben wurde. Dann sind Sie nicht der Mann, für den ich Sie gehalten habe, sagte seine Mutter. Die Tür des Büros öffnete sich, sie ging mit hoch erhobenem Kopf hinaus und ihre hochhackigen Schuhe klackerten langsam und mit Stolz erfüllt. Komm schon, Thordrick, lass uns nach Hause gehen. Thordrick stand auf. Eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung füllte seinen Magen. Sie drehten sich um, um zu gehen, aber dann öffnete sich wieder die Bürotür. Der Inspektor kam heraus und beäugte Thordrick, indem er seinen buschigen Schnurrbart zwirbelte. Thordrick versuchte, sich unter dem forschenden Blick des Inspektors nicht zu verschlucken. Er ist eingestellt, sagte der Inspektor abrupt. Er fängt morgen früh an, um sieben Uhr dreißig, aber pünktlich. Sorgen Sie dafür, dass er nicht zu spät kommt, Maggie. Vielen Dank, Inspektor, sagte seine Mutter. Thordrick dachte, dass er ein Lächeln um ihre Lippen herum auflackern sah. Später an jenem Tag brachte sie ihn zum Schneider, um Maß für seine Uniform nehmen zu lassen. Da er nur der Laufbursche des Inspektors sein würde, brauchte er nicht die vollständige Polizeiuniform. Auch gut, sagte der Schneider, als er ein Maßband an Thordricks Brust anhielt. Ich glaube nicht, dass ich eine so kleine Größe da habe. Nein, wirklich, es wird eine schlichte Jacke sein müssen, aber in der Größe eines Jungen, denke ich. Er nahm Maß und schrieb die Zahl in sein in Leder gebundenes Notizbuch. Thordrick streckte seinen Hals, um zu versuchen zu sehen, welche es war, aber der Schneider hielt seine Hand hoch. Bitte, Sir, Sie sollten sich keine Gedanken über die Einzelheiten machen. Überlassen Sie das mir. Er wendete sich dann an Thordricks Mutter und senkte seine Stimme leicht. Sind Sie sicher, dass er 14 ist? Er sieht nicht älter als höchstens 12 aus, wenn ich ehrlich sein darf, Ma'am. Ich bin 14,5, sagte Thordrick entrüstet. Der Schneider lächelte leicht und nahm weiter Maß. Ein paar Stunden später kam Thordrick mit seiner neuen Uniform in Händen heraus. Er war bereit, nach Hause zu gehen, aber seine Mutter nahm seinen Arm und brachte ihn stattdessen zum Friseur. Was machen wir hier? sagte er, als er vor dem Eingang stand und die rot-weiße Stange ansah, die sich an der Wand immer wieder drehte. Du willst doch klug aussehen, oder nicht, mein Schatz? sagte sie milde. Aber auch der Friseur kritisierte ihn, indem er sich beschwerte, dass sich Thordricks Haar in solch einem schlechten Zustand befände, dass er ihm möglicherweise keinen der üblichen Polizeihaarschnitte schneiden könne, obwohl er es wirklich versuchte. Nach drei Stunden, in denen es ihm immer heißer und er immer nervöser geworden war, hatte er erklärt, dass das Einzige, das er tun könne, um Thordrick klug aussehen zu lassen, sei, es komplett abzuschneiden. Oh, reg dich doch nicht so auf, Thordrick, sagte seine Mutter, nachdem die Tat vollendet war. Wenn der gute Friseur das für das Beste gehalten hat, dann war es auch das Beste. Aber, aber es ist so kurz. Ich habe nur noch Stoppeln. Alle werden über mich lachen. Unsinn, schallt sie ihn. Es sieht sehr klug aus. Ich bin mir sicher, dass niemand etwas Böses sagen wird. Unglücklicherweise hätte sie aus Thordricks Sicht nicht weiter daneben liegen können. Pünktlich um sieben Uhr dreißig lieferte sie ihn am Empfang ab und da stand er nun in seiner neuen Kleidung und mit kahlem Kopf, auf dem sich das Morgenlicht spiegelte. Der Constable am Empfang sah ihn an, warf seinen Kopf zurück und lachte so laut, dass all die anderen Constables herauskamen, um einen Blick zu riskieren. Einige kicherten oder versuchten, ihr Schnauben zu unterdrücken, aber die meisten lachten genauso laut wie der Constable am Empfang. Sieh ihn dir an, hörte Thordricks jemanden flüstern. Er ist nur eine Bohnenstange. Was hat den Inspektor bloß geritten, ihn einzustellen? Das Ganze durcheinander brachte den Inspektor dazu, drohend um die Ecke zu sehen, während sein Gesicht genau die Gewitterwolke widerspiegelte, die die ganze Stadt in der vorherigen Nacht durchnässt hatte. Das Ganze ist nur eine Bohnenstange. Untertitelung des ZDF, 2020